Hallo meine Liebsten! Hartlich Willkommen hier bei Eat Blood Love. Ich bin Lisa und heute macht mir mal eine Leseverstorben Übung, habe ich mir gedacht. Ob der einen sieht, um noch mal mehr von mir und auch von Eat Blood Love zu erzählen und ob er allen sieht, damit ich schaue das Lesen und das Verstorben wird ein leichter machen. Und da habe ich mir gedacht, Heike Tode Scheel hat in den Kieler Nordrichten einen ganz wundervollen Bericht über Eat Blood Love und mein Leben und so geschrieben, das wieder doch Glicks verbinden dauert. Mit einer Leseverstorben Übung, mit einem Bätten mehr über Eat Blood Love erfahren, Bätten mehr über mir und mein Leben in Island. Und ja, genau so. Ähm, magt ihr das Hüte? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob Schau so was interessieren dauert oder nicht. Oder ja, gebt mir einfach mal Rückmeldungen. Ich würde mich total darüber befreien. Und ich werde das Feilen, das Lesen und Platt Schworfeindeit. Deswegen könnte sie Glicks mitlesen, sie hört meine Stimmen und so öffnet sich das ganz wunderbar. Platt mit Lütte Happen online ob Sofa von Heike Tode Scheel. Lisa Frogemann steigt im hohen Schnee und freit sich. Se ist dick in mummelt in er blaue Jagd mit'n groden Felkabuz gegen den Wind. Denn smitze sich ins Näherin und tövert ein Schnee-Engel. Das ist traumhaft, schwöch der Ideen und der Lüneburger Heid. Wir habt so viel Schnee hier, der fort der LKW wies und der Stadt ruht. Sonst ist doch einfach kein, der ich komm. Verklort sie mir am Telefon. Egens kümmert Lisa sich um Bakterien. Nübt und nau um Bioplastik und Bakterien. Du erforscht sie nämlich in einem Labor ob Island, in Sorgenverfahrens- und Umwelttechnik. Und sie ist für und flamm, nicht bloß für die doeren Bakterien oder für Island. Nee, er hat das Leid für Plattdeutsch. Und nun seide ich hier Island in's Labor und dachte mir so, ich möcht noch im Baden mehr morgen. Ich kann ja Platt schnacken. Du hast denn die Internetplattform EatPlattLove beruht zuhört. Plattdeutsch mit Lisa, einfach Plattdeutsch schnacken lernen. Von der Freundin wüsste ich Studentin nämlich, dass die auch gern Molplatten mitschnacken würden. Man, das geht einfach kein passendes Online-Angebot. Irgendwann, wie im Café, ist mir das denn so empfohlen. Worum mag ich das denn eigentlich nicht? vertellt die Masterstudentin, die Plattdeutsch wussten es. Nu sitze ich in der Lütztuf im Hostel, einsam und allein von wegen Corona und klamüsert sich Lektionen ut. Ich käff ein Lütkonzept. Die Grammatik durchhol ich mich Schritt für Schritt an den Sass. Wie die Themen ist das was einfacher. Denn Lisa lehrt grad Isländisch. Durchhol ich mich an meinen Sprachbauk. So was ich den Schritt, ob Isländisch mag, so möt' da nur alle mit mir und Platt mitmachen, amüsiert sie sich. Boventau hätte deren sich ein Plan mag für zwei Werken. Mit Grammatik, Vokabeln und Schnacken und Platt. Ich poste auf Instagram und ich versäug zwei Videos der Werke auf YouTube hochdauern. Das hätte sie sich, ein Silber Bipult. Bitt ob dat platt, aber do kommit liegst tau. Ich heff mag, dat het so'n Drive geben. Dat is mein Herzensprojekt won. Sieht do Oktober arbeitet sie an ihr Plattprojekt. Und denn kämen da noch YouTube-Videos do tau. Ich kann überhaupt keine Ahnung von Videos mocken und do recht schnien. Aber ich heff Lust do tau lernen. Von Video to Video und von Post to Post, vertellt die junge Deren. Was sie nicht mehr lernen muss, dat is Plattdeutsche Sprach. Min Papa schnack bloß Platt mit mi. Von Anfang an. Er hätt mi an meisten prägt. Wie hab dat jo sammuntwenig jo öfft, smusert Lisa. Irgendwie heik dat immer in mi. Und so'n Stück von min Persönlichkeit is eben dusse Plattdeutsche. Wie er Tahuus geid dat rund. Wenn Al an Kaffeetisch sitten daut, mit eerem Mama und eerem Braue schnackt sie hochdütsch. Mit Papa und eerem Oma plattdütsch. Und dann zwitscht sie dat immer hin und her. Die Sprach helpt er ook, wenn sie in de weggens is. Ob nu op Island, oder opm Jakobsweg. Durch dat Platt heb ik imme dusseet geföil von Heimat und Familie. Egal wo ob de ee ek mi grad rumdreben daut, ik föil mi den Tahuus. Wenn ik irgendwo platt hüren daut, oder wenn ik mit Papa plattschnacken daut, dat is imme so'n warmet geföil. Dit wonnebore geföil möcht se gern wiedergegeben. Und mit eerem Online-Plattkurs mehr junge Lü tom plattschnacken bringen. Und dat mit schönen Lütschen platthappens. Verscheidene Vokabeln am snacken o platt. Grammatik und Geschichten. Ein Post, wie man o platt Glückwünschkorten schrieben kann, oder ein Quiz ton oeben. Der Lüt leert wie eere o witt wer tauschnacken, wat man wie im Inköpen sängen mut, oder wie man non wegfrogen kann. Lisa hat sogar ein Platt-Meditation ins Angebot. Ik kievte noch mehr Visionen. Ik wil gern, dat man mal o platt datet, oder dat der jungen Lü in ee Disco plattschnackt. So wat cool het halt. Eere Follower sind jedenfalls Für und Flammen. Ik krieg von Fanen richtig tolle Feedback. Letztens hae ik sogar een Schauspieler uit München-Dobby, die für een rol wie de Soko Hamburg-Platt-Dütschleeren wohl. Freize ik. Richtig cool hier, meint een op Instagram. Total klasse dat man met diene help dat platt am Leben erholen kan. Schriften den anderen. Oder, wow lieb Lisa, wir lieben was du tust. Tolle Idee. In de Lektion over dat weer. Doe kan man ganz neidisch waren. Ik wami wedde op den weg toller Labor morgen en de Winter Wonderworld genaten. Schriften Lisa op Instagram. Dan trekt ze zich verder eere warme Jack an en de dicke Stäbel en dan nix as goed in een snee. De Meditation mog ik in Zusammenarbeit met dem Lennazentrum van Nederlander Dütsch, dem LZN. Doe verlink ik schau den YouTube-Kanal en de Videos genaten in de Infobox, wanne jou dat interesseren bent. En ook in de Infocord, den wirst je nu op ploppen. Gena, daar kun je genan voorbij kijken en plattdütsche Meditation maken, op platt entspannen, op platt op een Fantasie-Reis No-Island-Gorn, in een Hitte-Quell, ode in de Himmel fulle Nordlichter. Ode ob ook positive Affirmationen voor jeden Dach vind. Kijk doe einfach mol voorbij. Ja, ee, wirklich heike, dank. Ik bin immer nog total overweldig van dus'n wundervolle, berichte mi echt. Ja, ik liefde beschrijft dat einfach banig gaud. Wie ik lebe da, wie ik doe ik platt laufkom da, wie ik doe ik platt laufkom ben. Und wat ik doe met alles nog in z'n beden verheb. Ja, schrijft mi gerne mol in de kommentare wat ik doe denken da. Ob je nog vragen hebt, ik freie mi over een U-Tusch en ook schaubede kent te leren. Nu wo je me schaubede kent. Und, ähm, klikt ons ook gern mol via Instagram voorbij. Abonneert den Kanal voor de volgende video's, die dan wette nog meer leren wat. Und ik ook, ik heb nog zoveel mooie ideeën die alle in mijn kop rumgeistert. Und doe unbedingt roten munt. Und via YouTube en Instagram rin munt. Ik wünsch jou een ganz wundervolle dag. Und holt de eindeers in de zun in je leven.